Ich zeige euch jetzt, wie ihr aus einem Geldschein ein solch kleines Herz faltet. Ihr benötigt dazu natürlich einen Geldschein, die Wertigkeit ist ganz egal. Zunächst falten wir den Geldschein einmal in der Mitte. Und anschließend halbieren wir ihn noch einmal und nun halbieren wir ihn noch einmal für längs. Nun knicke ich ihn bitte einmal in der Mitte. Und nutzt diese Mittellinie als Orientierung, wenn ihr diese Kante nach oben faltet. So, gut festdrücken, der Geldschein liegt jetzt so oft übereinander, dass er recht widerspenstig ist. Aber wenn ihr das gut festdrückt, dann geht es. Jetzt werden noch die Ecken eingeknickt und zwar nach hinten. Gut, dann seid ihr schon fast fertig. So, da das Ganze jetzt doch dazu neigt, immer wieder aufzugehen. Habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, es mit etwas Klebeband oder Kleber zu fixieren. Ich nehme dazu etwas Klebegummi und lege es einfach hier dazwischen. Aber ihr könnt genauso auf der Rückseite etwas Klebeband anbringen. So, fertig ist euer Herz. Ich nehme das. Untertitelung des ZDF, 2020